Hallo! Oh, ihr seid ja schon voll im Gange hier mit auspacken. Edgy, gefällt dir das Sofa? Ja, wir haben da wohl draufwinkelt. Ist sie schön. Da kommt ja noch das Teil dran. Ja, rauf darf er ja. Ja, aber nicht kauen. Nein, nicht kauen. Hier, mach alles da in die Ecke, die Pappe. Das machen wir zusammen. Ach so, ja, kannst du ja. Hier ein Fuß ist ab, Bernd. Hier, ab, gebrochen. Das ist alles, das ist Ballen. Scheiße. Mach mal ein Schraubenzieher bitte. Wo hast du ein Schraubenzieher? Holz, Schlitz. Das hatte er auch Holz. Bei deinen Eltern ist er halt auch so ein Dings. Smurfy, komm hier. Pass auf, Smurfy. Komm mal hier, Smurfy. Wenn er mal halten könntest du erst, ja. Ich soll das Sofa halten? Ja. 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 Na ja. 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 Hey, hörst du das? Smurfy hier, hopp. Er sagt, das war du. Smurfy, sag mal hallo zur Kamera, sag mal hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Umzugshaus-Renovierungs-Einrichtungs-Video. Ihr habt schon gesehen, wie wir hier jetzt das Sofa von Pai Vila abgebaut haben. Es steht endlich. Und unten in der Küche wird gerade abgebaut. Jetzt habe ich euch ja erzählt, dass die Küche verkauft ist. Smurfy aus. Nicht für dich, der Pika. Ja. So. Also die Küche wird jetzt gerade abgebaut und abgeholt. Deswegen kann ich unten auch nicht filmen. Denn erstmal sind die Menschen unten die Küche am abbauen, die die gekauft haben. Und die Maler sind hier. Es wird gestrichen in einem Mund. Dankeschön. Es wird unten das Wohnzimmer, Esszimmer gestrichen und noch weiter tapeziert. Und wenn die Küche dann raus ist, dann wird da auch die Tapete abgerissen. Und dann darf ich da gleich putzen. Ähm, ja. Und ich wollte heute weiter meine Aufgaben machen. Also putzen und die leichten Schwangerschaftstätigkeiten. Viel Spaß bei diesem Video. Sehen wir das auf der Kamera? Den Unterschied? Ja, ne? Ja. Auch, dass es glänzt und dass es matt ist. Jetzt wachst du mit Beinen hinten und unten runter. Geht nicht. Wie aussieht, ne? Da drunter. Geht's? Ja. Wenn's nicht geht, dann mach ich's. Ist ja der Wahnsinn, ey. Schrauben werden. Strom hast du kontrolliert, ne? Strom ist weg. Hast du dreimal kontrolliert? Ja, der Kollege hat gemessen. Okay. Der Hauptschalter war auch raus, von daher. Ja. Wahnsinn. Du hast auch eine Aufgabe, ne? Süß sein. Ja. Weil wir die Türen hier auf haben, muss das Möffi eben da drin ausharren. Aber es fühlt sich, glaub ich, ganz wohl. Ja. Aber man muss mal den Unterschied festhalten. So war die Decke vorher. So ist sie grundiert. Und ich zeige euch, wo sie schon fertig ist. Aber da wird man jetzt keinen Unterschied mehr sehen. Reisen sie ab? Ja, das ist fertig. Super. Die Decke ist fertig. Die Decke sind fertig. Du hast Você já ist fertig. werden bestellt jetzt pizza kriegen alle hunger und wir machen hier die tapete ab in der küche und da hinten wird gestrichen die decke und tapete wird zweimal darüber gestrichen und sobald wir jetzt hier fertig sind mit der tapete mit abreißen es wird es wird wird dann hier auch direkt gestrichen ich weiß wer mich hingucken soll ich habe heute seit langem mal wieder die kamera das ist schön dick einsprühen aber es geht echt gut ab hier die tapete ist auch nur zweimal tapeziert also die machen jetzt gerade erstmal alle pause und ich mache den boden sauber da ist ein bisschen farbe getropft nicht viel aber ich mache es jetzt sauber und das auch in den ecken so nikotin und ranz das schrubbel ich jetzt gerade weg und wir haben pizza bestellt ich weiß nicht ob ich euch das schon erzählt habe und dann ist gleich erst mal essenspause und ich kann ganz schlecht filmen und vloggen weil halt alles voll menschen ist so meine lieben die küche ist weg die helfer sind jetzt auch weg alle die decke ist komplett gestrichen und wie ihr seht wird jetzt hier tapeziert aber noch nicht gestrichen sondern ja hier ab hier ist dann alles gestrichen muss aber noch trocknen das sofa haben wir jetzt hier erstmal hingestellt und ich werde jetzt hier noch mal ordentlich durchwischen morgen geht es weiter hier mit dem streichen ich habe schon gewischt also der gröbste schlund ist weg hier wie ihr seht das wo die küche war das sah ja fürchterlich aus die wand habe ich hier abgeschrubbt aber so ganz sauber geht die auch nicht und ja dann wische ich mal eben ich habe hier abgeschrubt aber ich habe hier ja jetzt ein paar sieht man uns kaum hallo hallo wir haben für heute feierabend gemacht ich habe da ja noch gewischt und dann sind wir nach hause gefahren die kinder sind jetzt zu hause und chillen haben wir auch schon was haben wir 22 uhr ich weiß es nicht werden spielt pokémon ich habe mein handy zu hause gelassen weil ich mit euch reden wollte ich konnte ja heute gar nicht so richtig vloggen du sowieso nicht du vlogs heimlich dann sag mal deinen kanal wer hat interesse an berns kanal du nein ich sag den werden schon lange der soll youtube kanal machen ja wir laufen jetzt noch eine runde mit dem smurphy und dann ja gehen wir schlafen morgen früh um sieben geht es weiter dann bernd voller vorfreude mein akku ist gleich leer ich muss schnell machen ich melde mich morgen früh in alter frische bis gleich